kommt mal mit ich zeige euch wo der erste hilfe raum mit göppingen überhaupt ist ach übrigens wie hier sehen können sind feuerlöscher die befinden sich überall im gebäude schaut euch einfach um wo der nächstgelegene feuerlöscher ist für den fall dass es brennt und jetzt zeige ich euch den erste hilfe raum der befindet sich im gebäude 2 in göppingen raum 112 schauen wir mal rein da liegt ja schon einer bitte informieren sie sich an ihrem jeweiligen standort darüber wo der nächste sanitätsraum liegt wo der nächste defibrillator ist oder auch wo sie den nächsten feuerlöscher finden hier müsste hilferaum befindet sich auch der defibrillator befolgt einfach seine anweisungen im ernst fall und ihr könnt damit leben retten